hallo ihr lieben menschen ich habe heute vor euch zu zeigen wie so ein armband funktioniert bzw wie man es eigentlich überhaupt knüpft ich zeige es euch mal ein bisschen näher das ist ja sind drei farben sieht man jetzt hier gerade nicht so super gut das ist eigentlich auch die vorderseite aber ich finde dieses muster ganz nett und als armband als freundschafts armband kann man es auch ganz gut vielleicht machen zum verschenken oder wenn man irgendwie ja an geschenke so was mit dran baumeln finde ich immer ganz schön auf jeden fall will ich euch heute mal zeigen wie das geht und dafür habe ich was vorbereitet und ihr guckt einfach zu und schaut mal ob ihr es nachmachen mögt bis gleich so ich habe jetzt hier schon mal die fäden vorbereitet ich hoffe ihr könnt es gut sehen ich habe jeweils drei farben und davon jeweils drei schnüre ich habe grün genommen ein gelb und ein orange das ganze habe ich hier auf meinem kissen festgesteckt mit einer nadel damit ich da auch gleich ziehen kann so wir fangen an und zwar ich nehme mit der rechten hand den äußeren grünen faden und mit der linken hand den nächsten grünen faden so ich lege den linken daumen um den ersten grünen faden habe den zweiten noch in der linken hand ziehe den ersten faden unter dem linken durch und ziehe es nach oben fest das ganze mache ich zwei mal weil beim knüpfen ein knoten aus zwei knoten besteht so den lege ich zur seite ich habe den nächsten faden immer noch grün ich lege wieder meinen daumen um diesen faden drum herum ziehe ihn durch und ziehe ihn fest und ein zweites mal und den lege ich wieder zur seite jetzt sind wir beim gelben faden wir müssen immer so ein bisschen gucken dass wir auch die reihenfolge der fäden einhalten so ich habe immer noch meinen grünen faden in der rechten hand und nehme mit der linken den nächsten gelben wieder drum herum und festziehen und das ganze noch mal was die farben angeht kann man sich natürlich zügeln und loslassen da gibt es ja wirklich ganz viele sachen ich habe neulich was gesehen mit melierter wolle das war auch wirklich schön das sah ganz toll aus man hat jetzt zwar die einzelnen farben geht ja auch nicht so richtig nicht gesehen aber es war halt super schön bunt so ein bisschen so ein hippie armband das hat mir jetzt natürlich wieder sehr gut gefallen so greta lass es bitte meine katze wollte gerade an die fäden was natürlich jetzt eher ungünstig wäre so hier haben wir jetzt so ein bisschen gewusel aber das kriegen wir auch noch auseinander gefädelt so ich würde sagen ich mache jetzt mal weiter dass ihr ein kleines ergebnis habt und weil das wird jetzt gerade nicht viel interessanter und dann schauen wir uns das gleich mal an so ihr seht jetzt hier schon mal einen kleinen anfangen ich halte mal ein bisschen näher dran da haben wir dann schon mal das gelb angefangen mit dem grün und ihr seht ja das sind alles so kleine knoten perlen die dann letztendlich entstehen und ja ich mache jetzt mal weiter damit ihr gleich noch mal ein bisschen mehr erkennen könnt so ihr lieben ich habe jetzt das armband fertig ich bin so ein bisschen überbeleuchtet von hinten sehe ich gerade das tut mir gerade leid ich versuche mich so hinzusetzen das ist nicht so so also das armband ist fertig hier ist es ich habe gerade schon einen knopf dran befestigt und zwar habe ich ja die enden und die nimmt man einfach in so eine einfädel hilfe und steckt sie durch den knopf und dann hat man den knopf daran befestigt ich muss hier gleich meine enden noch so ein klein bisschen einzeln verknoten aber dann habe ich den knopf und auf dieser seite hier habe ich mir eine lasche gemacht wo der knopf dann letztendlich durch passt und man das armband auch schließen kann so ich hoffe euch hat meine anleitung gefallen und ihr konntet damit irgendwie was anfangen wenn ihr zum beispiel noch anleitungen für armbänder habt oder so dann schreibt mir die doch mal ich bin immer dankbar für neue ideen und ich probiere halt gern auch sachen aus und ja ansonsten freue ich mich auch über kommentare über daumen hoch natürlich auch und ich gucke mal was ich noch so für euch in petro habt das nächste mal und alles nächstes sag ich jetzt erst mal wieder ade und bis zum nächsten mal bei shawparty tv